Musik Gott ist gut! Gott ist wunderbar! Gott heilt! Gott rettet! Gott befreit! Amen! Halleluja! Preist dem Herrn! Hey, nur weil ihr etwas Distanz hier habt zur Bühne, müsst ihr nicht ruhig werden, okay? Okay, müsst ihr nicht schweigsam werden und ruhig werden? Glaubst du, dass wir heute Morgen ein wunderbares Wort der Gnade für dich bereit haben? Amen! Wonderful Word of Grace! Halleluja! Und letztes Mal haben wir die Josefs Geschichte betrachtet. Und ich sagte dir einst, die Geschichte vom letzten Mal, die Predigt vom letzten Jahr ging rund um die Welt. Durchs Internet! Amen! Und hey, ich habe so viele gute Feedbacks bekommen von Menschen, die gesagt haben, wow, diese Story von Josef, so habe ich das noch nie gehört. Und Offenbarung über Offenbarung. Weisst du was? Wir machen gleich weiter mit seinem jüngeren Bruder. Benjamin. Amen! Halleluja! Und endlich, endlich, endlich rede ich heute über die, und ich kann nur anfangen darüber zu reden, über die Benjamin Generation. Über die Benjamin Generation. Amen! Weisst du, als wir am Freitagmorgen hier zusammengekommen sind, zum Frühgebet, übrigens immer am Freitagmorgen 6.15 Uhr ist Frühgebet, würde euch Geschäftsleuten auch ein wenig gut tun, bevor ihr ins Business geht, mit uns zu beten. Amen! Preis dem Herrn, wenn du in der Nähe bist. Und zusammen zu kommen, muss nicht jedes Mal sein, aber immer wieder einmal dabei zu sein, weil wir beten so viel eben auch auf der einen Seite für den Sonntagmorgen aus, aber auch eben Privates auf der anderen Seite. Und das wurde ausgesprochen. Siehst du, ich habe mir eine Predigt schon vorbereitet, am Freitagmorgen war das schon ganz vorbereitet. Ich wusste, was ich predigen würde am Sonntagmorgen. Und dann kam im Gebet, kam das Wort Generationen, Generationen. Das wurde ausgebetet. Generations, Halleluja! Und ich sage, hey, das ist das Thema, über das ich sprechen werde am Sonntagmorgen. Amen! Ich sage dir, wir sind so happy für den Heiligen Geist. Amen! Ich sage dir, er ist unser bester Freund. Weil ohne ihn könnten wir gar nichts tun. Und das sind die Bestätigungen, die dein Leben übernatürlich machen. Hast du gewusst? Du planst etwas, machst etwas, denkst, das ist die richtige Richtung. Und dann kommt jemand und sagt genau das und bestätigt genau das, was du vorbereitet hast, wo du sicher dich fühltest, dass es in diese Richtung geht. That's the Holy Spirit! Amen! Und das macht unser Leben so übernatürlich. Halleluja! Und wir erfahren so, Gott jeden Tag preist dem Herrn. Okay, wir haben letztes Mal über Josef gesprochen und darüber gesprochen, wie Josef seine Brüder segnete. Und in dem Ganzen sehen wir eben eine Typologie. Die Schönheit, Jesu zu erkennen, findet statt durch die Bilder Jesu, die wir im Alten Testament sehen. Jede Seite im Alten Testament, jede Seite ist voller Jesus Christus. Halleluja! Und das Hauptthema im Alten Bund ist Jesus. Und deswegen sehen wir in den Geschichten, in den Personen, in all den Storys, wir sehen die Typologie, den Typus von Jesus, den Typus von vielen Dingen. Und in dieser Benjamin-Geschichte sehen wir so viele wunderbare Dinge, die sich auf heute, gerade jetzt, Jahr 2013 beziehen. Amen! Und das wollen wir zusammen tun. Wir gehen zu unserer ersten Stelle, und zwar zum ersten Mose, 29. Kapitel. Dort beginnen wir. Erste Mose, 29. Wir lesen ab dem 16. Vers. Und wir rollen es dort auf, wo es angefangen hat. Okay? Und zwar, Laban aber hatte zwei Töchter. Zwei Töchter. Zwei Töchter stehen für zwei Bündnisse. Bündnis des Gesetzes unter dem Alten Bund und Bündnis der Gnade unter dem Neuen Bund. Denn Paulus sagt uns, dass auch die zwei Frauen aus dem Leben Abrahams, seine eigene, Sarah, wie auch seine Magd Hagar, repräsentieren zwei Bündnisse. Okay? Interessant ist, dass sich die Geschichte auch wiederholt. Gott, siehst du, das ist Jakob, der hier zwei Frauen heiraten wird. Und das werden wir in einem Moment sehen. Das war nicht sein Plan, aber ich werde dir aufzeigen, warum das passierte. Und das gilt nicht mehr für heute. Das gilt nicht mehr für heute. Also, Laban hatte zwei Töchter. Die eine war Lea, das ist die ältere. Und die andere war Rahel oder Rachel. Beides dieselben. Und das heisst, die jüngere Rahel und Lea hatte matte Augen. Nun, Lea, wenn wir den Namen Lea im Hebräischen anschauen, bedeutet Lea ermüdend. Eine ermüdende Frau. Keine Mails nächste Woche. Das ist nur, was das bedeutet. Eine matte und ermüdende Frau. Nun, Lea steht als Typus, als Bild für das Gesetz. Das Gesetz, mit all dem Bestreben von Menschen, es einhalten zu wollen, wird dich ermüden. Wird dein christliches Leben zum Ermatten bringen. Und es wird sehr, sehr müde. Man wird sehr müde und es wird sehr schwer werden. Eine Last ist auf einem. Wenn man Lea hat. Okay? Also, hey, wenn es Leute gibt, die heute hier sitzen und Lea heissen, wir reden nicht über dich. Das ist Typologie, okay? Das sind Bildnisse, Abbilder und Schatten. Aber, da war noch ja die Jüngere. Und zwar, Rahel, aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Siehst du, Lea, weil sie ermattet und ermüdend war, wirkte auch gegen aussen so. Man konnte es in ihren Augen sehen. Und das hatte Einfluss auf ihre eben Nicht-Schönheit. Lea war nicht schön. Rahel war schön. Rahel steht für den neuen Bund der Gnade. Halleluja. Rahel steht für Grace. Grace ist etwas Wunderschönes. Amen? Grace ist etwas Wunderschönes. Das Gesetz ist nicht wunderschön. Das Gesetz ist nicht wunderschön. Ob schon das Gesetz Gottes Wort ist und perfekt ist, aber es ist nicht schön, weil es dich nicht schön machen kann. Das Gesetz ermattet und ermüdet einem höchstens. Okay? Aber Rahel, Grace, ist etwas Wunderschönes. Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Jakob liebte Rahel. Der Junge hat sich für die Richtigen entschieden. Aber wir sehen nachher, warum er zuerst Lea heiraten musste. Okay? Hey, Jakob in diesem Zusammenhang steht als Bild für den himmlischen Vater. In der Typologie ist Jakob der heavenly Vater. Halleluja. Was liebt Gott? Grace. Gott liebt Grace. Halleluja. Gott liebt Gnade. Halleluja. Es ist schliesslich der Bund, unter dem sein Sohn, oder den der Sohn eigentlich einführte. Der Sohn war noch unter dem Bund des Gesetzes, aber der Sohn brachte Grace ins Leben der Menschen hinein. Also Gott liebt Grace. Gott liebt die himmlische Rahel. Auch wir sollten die himmlische Rahel lieben. Wir sollten Grace lieben. Halleluja. Nun schaut ihr das an. Weiter heisst es. Ich will dir sieben Jahre lang dienen und Rahel, um Rahel, deine jüngere Tochter. Das sagte Jakob. Da antwortete Laban, das ist der Vater von Rahel und Lea. Es ist besser, ich gebe sie dir, als einem anderen Mann. Bleibe bei mir. So diente Jakob und Rahel sieben Jahre lang. Und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Wow, ist das nicht eine wunderbare Love Story? Okay. Weinen erlaubt. Besser als jeder Film. Nimm Kleenex mit, wenn du dabei bist. Okay. Und dann heisst es. Es kam ihm vor wie einzelne Tage. So lieb hatte er Vers 21. Jakob sprach zu Laban. Gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe. Denn meine Zeit ist erfüllt. Er hat wirklich sieben Jahre lang gearbeitet für seine geliebte Rahel. Da lud Laban all die Leute des Ortes ein und machte ein Mahl, das ist das Hochzeitsmahl, das Fest. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea. Sein Schwiegervater. Oh man. Wenn es schon vorher beginnt, bevor die ganze Familienbande beginnt und er haut dich übers Ohr. Wie sieht es denn nachher aus? Jetzt schau dir das an. Er nahm. Er wusste genau, dass er ihm Rahel geben sollte. Aber Jakob arbeitete so gut, er wollte ihn nochmal sieben Jahre anstellen. Und jetzt nahm er, nimmt er Lea. Und weisst du, in dieser Zeit wurden die Frauen verschleiert. Okay. Weil das war eben, Hochzeit ist diese lange Hochzeit. Mit der Hochzeitsnacht ist einfach Surprise, Surprise. Grosse Überraschung. So wurde die Frau verschleiert. Und Jakob sah nicht, dass es Lea war. Okay. Und jetzt schaut ihr das an. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein. Und er ging zu ihr ein. Und Laban gab seine Magd Silpa seiner Tochter Lea zum Magd. Dann Vers 25. Er gab dann sie zur Magd und es geschah am Morgen. Das ist der Morgen nach der Hochzeitsnacht. Schmink ist weg. Da war sie, da war es Lea. Und Jakob erwachte, schaute er rüber. Ah! Scream! Da lag die falsche Frau neben ihm. Man stellt dir den Mann vor. Er hat Rahel so lieb. Und da liegt eine andere Frau neben ihm. Kannst du dir vorstellen, was für ein Schock für den armen Mann? Oh, die armen Männer! Und er sprach zu Laban. Warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Gemeine Kerle. Dass man die Jüngere vor der Älteren gibt. Jetzt schau dir an. Es gibt die Jüngere und es gibt die Ältere. Die Ältere ist Lea. Siehst du, das Gesetz kam zuerst. Lea ist die Ältere. Das Gesetz ist das Ältere. Grace ist die Jüngere. Grace ist die Jüngere. Und jetzt macht eben Jakob einen entscheidenden Fehler. Einen entscheidenden Fehler. Übrigens, damit du das einfach noch etwas genauer sehen kannst. Rahel oder Rachel bedeutet junges Schaf. Einige Übersetzungen sagen Mutterschaf, aber grundsätzlich ist es viel genauer, junges Schaf. Nun, Rahel ist ein Typus vom Lamm Gottes. Junges, junges Schaf. Ein Lamm. Halleluja. Das Lamm Gottes. Wer ist das Lamm Gottes? Jesus. Jesus ist Grace. Grace ist Jesus. Okay. Deswegen, Lea, Typus des Gesetzes. Rahel, Typus für Christus. Für das Lamm Gottes. Und jetzt tut Jakob, macht einen entscheidenden Fehler. Und Israel macht den Fehler bis heute noch. Und du wirst in einem Moment erkennen, was es war. Was hätte der gute Jakob tun müssen vor der Hochzeit? Er hätte mal schauen müssen, wer ist unter dem Schleier? Er hätte gucken müssen, ist das Rahel? Denn schliesslich willst du ja wissen, wen du heiratest. Stimmt's? Du willst wissen, wie du heiratest. Oftmals auch in der westlichen Welt heute noch. Vielleicht nicht in jedem Land oder nicht so gängig in unseren Ländern. Aber auch halt trotzdem vertreten. In der Hochzeitszeremonie. Der Pfarrer oder der Pastor sagt, jetzt dürfen sie ihre Braut küssen. Nehmen sie den Schleier. Heben sie den Schleier hoch. Und sie dürfen ihre Braut küssen. Das hätte Jakob tun sollen. Den Schleier hochheben. Die Decke wegnehmen. Dieser Schleier ist bis heute über Israel. Schau an, was Paulus sagt. Im 2. Korintherbrief. Im 3. Kapitel sagt Paulus, Aber ihre Gedanken, hier redet er vom Volk Israel, wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke. Siehst du das Wort Decke? Das ist das Wort Schleier. Schleier. Und zwar im Griechischen ist das Wort Decke eine Bedeckung. Und zwar eine Kopf- und Gesichtsbedeckung. Und was ist eine Kopf- und Gesichtsbedeckung? Nichts anderes als ein Schleier. Stimmt's? Nichts anderes als ein Schleier. Und dieser Schleier, diese Decke, bleibt auf ihnen bis zum heutigen Tag, wenn sie das Alte Testament lesen. Siehst du, was Israel nie getan hat? Israel hat nie den Schleier des Alten weggenommen. Deswegen sehen so viele Jesus nicht. Weil die Decke ihn verdeckt. Jakob war der Erste, der es missachtet hat, den Schleier zu entfernen. Bis zum heutigen Tag ist das heute der Fall. Deswegen sagt Paulus weiter, Vers 14, der zweite Teil. Denn diese Decke wird nur in Christus weggetan. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen. So oft Mose gelesen wird, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke, der Schleier, wird gehoben. Wie wird der Schleier gehoben? Was ist die Decke über Israel? Es ist die Decke des Gesetzes. Es ist, wenn Mose gelesen wird, sehen sie Gesetze anstatt Christus. Siehst du? Deswegen, wir machen es genau umgekehrt. Wir lesen Mose und wir sehen Jesus. Und nicht die Gesetze. Denn er hat sie für uns erfüllt. Denn es ist viel schöner, viel schöner, Jesus zu sehen. Rahel zu sehen. Jesus als Typus für Rahel. Da gibt es eine himmlische Rahel. Das ist unser Herr, das Lamm Gottes. Halleluja. Preis dem Herrn. Nun, diese Decke sollte entfernt werden. Wurde nicht entfernt. Und so wird sie erst weggetan, wenn wir diesen Schleier heben und wir die Schönheit Jesus sehen. Siehst du? In unserer Vision, wir haben es auf unserem Finder geschrieben. Wir haben unsere Vision dort verewigt. Und wir haben unsere Kernwerte dort hineingesetzt. Hast du bemerkt, dass es fünf Kernwerte sind? Fünf. Fünf Kernwerte. Aber darüber steht unsere Vision. Und unsere Vision als Grace Family Church ist es, die Schönheit Jesu zu erkennen. Die Schönheit Jesu in der Person, in all der Lieblichkeit seiner Person zu sehen und in der Vollkommenheit seines Werkes. Ist das nicht eine wunderbare Vision für eine Church? Amen. Die Schönheit, die Lieblichkeit der Person Jesu und das vollkommene Werk zu sehen. Und das führt uns eben dahin, indem wir das Alte betrachten und Jesus sehen. Das Alte betrachten und Jesus sehen. Also, er hätte diesen Schleier wegnehmen sollen, dann hätte er gemerkt. Und er hätte, siehst du, das ist genau das, was eigentlich passiert. Bis zum heutigen Tag betrügt sich Israel selber. Weil sie Jesus nicht sehen und noch in den Gesetzen des Alten sind, ist es wie ein Betrug. Man könnte so viel Besseres haben. Man könnte so viel mehr haben durch Grace. Halleluja. Und es ist wie wenn man betrogen wird im Leben. Wenn du bis zum letzten Tag deines Lebens nie die Schönheit von Gottes Gnade gesehen hast, ist es wie wenn du im Leben betrogen worden wärst. Halleluja. Grace nimmt diese Decke weg. Preis dem Herrn. Nun, die Geschichte, um eine lange Geschichte kurz zu machen, er arbeitete noch mal sieben Jahre. Und dann heiratete er, finally heiratete er Rahel. Okay. Nun, von Lea hatte er mit der Magd zehn Söhne. Zehn Söhne mit der Magd. Sechs von Lea, vier von der Magd, vier von Silpa. Und dann hatte er mit Rahel nur zwei Söhne. Okay. Und bei der Geburt des Jüngsten, bei Benjamin, starb Rahel. Okay. Bei der Geburt starb sie. Und wir gehen einen Sprung zu der nächsten Stelle. Das ist 1. Mose 35, ganz genau. Vers 16 bis 19. Das ist die Geburt jetzt von Benjamin. Danach brach sie von Bethel auf. Und als sie nur noch ein Stück Weg bis Ephrata zu gehen hatte, da gebar Rahel. Und sie hatte eine schwere Geburt. Okay. Als ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Siehst du, zuerst war Josef und jetzt der zweite Benjamin. Und jetzt schau an, was sie tut. Und es geschah, als ihre Seele entschwand. Sie starb bei der Geburt. In dieser Zeit gab es noch keinen Kaiserschnitt. Sie starb bei dieser Geburt. Heisst es, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Ben-Oni. Benjamin wurde erst nachher von Jakob so genannt. Rahel gab ihm den Namen Ben-Oni. Aber der Vater nannte ihn Ben-Yamin. Ben-Yamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata. Das ist Bethlehem. Nun schaut ihr das an. Ben-Oni bedeutet Sohn des Leidens. Sohn des Leidens. Wir alle waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind, Söhne des Leidens. Auch wenn du dir das nicht bewusst warst, aber vor Jesus hast du gelitten. Sohn des Leidens. Söhne der Not. Ben-Yamin bedeutet Sohn der Rechten. Sohn zur oder der Rechten. Sein Vater taufte ihn um auf Ben-Yamin. Und wir sehen hier der wunderschöne Tausch, der am Kreuz geschah für uns. Denn als Söhne des Leidens kamen wir durch Jesus Christus durch das Kreuz zur Erlösung. Wir wurden errettet. Jesus nahm uns unsere Leiden ab. Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten, unsere Schmerzen und unsere Leiden. Jesus nahm unsere Leiden ab. Und dadurch, dass er sie uns abnahm, wir einen Tausch unserer Natur empfangen haben, durch das vollkommene Werk Jesu am Kreuz, sitzen wir heute zu Rechten des Vaters mit Christus. Halleluja. Aus Söhne des Leidens wurden Söhne zu Rechten. Denn wir sind gemäss Epheser 2, Vers 6 und Hebräer 10, Vers 12 mit auferweckt und mit versetzt zu Rechten des Vaters in Christus Jesus. Amen. Kannst du sehen? Ben-Yamin ist ein Typus für die heutige Gemeinde. Ben-Yamin ist ein Typus für die heutige Grace-Generation. Halleluja. Und wir haben durch das Opferwerk Jesu, haben wir diesen Naturaltausch, diesen Wesenstausch empfangen. Preis dem Herrn. Halleluja. Preis dem Herrn. Oh, Grace, 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 Grace. Halleluja. Halleluja. Ben-Yamin. Sohn zur Rechten. Auf der anderen Seite sehen wir, Sohn zur Rechten, sehen wir auch unsere Gerechtigkeit darin. Wir sind gerecht geworden. Ein für alle Mal durch das Opfer Jesu. Halleluja. Also, wir sehen hier die Entwicklung. Wir sehen hier, wie Ben-Yamin entstanden ist. Und so können wir sagen, dass Ben-Yamin ein Typus für uns ist, für diese Grace-Generation. Und dass sein Bruder Josef, sein Bruder Josef, und jetzt wird es interessant, ist ein Typus für Jesus. Denn schau, Josef bedeutet, Josef bedeutet, in der Grundform, Zunahme. Oder, Gott hat dazu getan. Oh, I like it. Increase. Zunahme. Predige ich nicht schon seit Jahren? Gott ist ein Gott, der... Zunahme. Amen. Gott ist nie Abnahme. Gott ist Zunahme. Halleluja. Josef bedeutet Zunahme. Aber, jetzt schau dir das an. Der Pharao gab ihm einen anderen Namen. Pharao wechselte den Namen für Josef. Und zwar finden wir das im 41. Kapitel. Und der Pharao gab Josef den Namen Zafenat Paneach. Ich hoffe, es ist richtig. Und gab ihm Asnat zur Frau, die Tochter Potipharas, des Priesters von Oren. Alles lustige Namen, ha? Und Josef zog aus durch das ganze Land Ägypten. Der Pharao änderte den Namen Josef zu Zafenat Paneach. Und weisst du, was das bedeutet? Retter der Welt. Retter der Welt. Das ist, was das bedeutet. Josef wurde, Josef wurde, weil er so clever war und weil der Heilige Geist ihm half und er träumte, wie sie die Hungersnot überstehen würden, indem sie zuerst von den fetten sieben Jahren abschöpfen, zurücklegen würden, damit sie nachher die sieben Jahre Hungersnot überleben würden, nicht nur Ägypten, sondern auch die umliegenden Länder, wurde Josef in dieser Zeit zum Retter der Welt. Denn Millionen von Menschen wären gestorben, hätte Josef all das nicht getan und wäre nicht seine Weisheit und seine Gunst offensichtlich gewesen als Premierminister von Ägypten. Die Völker kamen nach Ägypten, um Speise zu kaufen, um zu überleben. Somit wurde er der Retter der Welt. Wow. Jesus. Savior of the world. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Und jetzt, Josef, er empfängt seine Brüder, seine Brüder kommen und seine Brüder wissen nicht, dass es Josef ist, sie kommen das erste Mal, er sagt, hey Jung, sie hat Benjamin nicht dabei, diesen Jüngsten, da gibt es doch noch einen, den ihr mir verbergt und verheimlicht. Kommt nochmals mit Benjamin. Und so kommen sie ein zweites Mal und sie bringen Benjamin mit und jetzt schaut ihr an, was passiert, als sie mit Benjamin kommen. Das ist unsere nächste Stelle. 1. Mose 43, Vers 29, Als er aber seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin sah, den Sohn seiner Mutter, fragt er, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Wow. Benjamin bekommt dieselbe Gunst, die auf Josef fliegt. Weisst du warum? Weil sie von derselben Mutter sind. Diese Gunst hatten die anderen Söhne nicht. Sie waren gesegnet. Durch die Gunst des Josefs und des Benjamins waren sie mitgesegnet. Hör mir gut zu. Ohne die Church, ohne die Gemeinde wäre diese Welt ein Ort der kompletten Finsternis. Die Welt wäre ein Ort der kompletten Finsternis, ohne den Leib Jesu. Und es ist nicht so, dass uns die Welt segnet, sondern wir segnen die Welt. Und es ist auch nicht so, dass wir abhängig sind von der Welt, sondern die Welt ist abhängig von uns. Denn in dem Moment, wo der Leib Christi nicht da ist, bricht Chaos aus. Und das wird passieren nach der Entrückung. Chaos wird ausbrichten. All das, was wir heute sehen mit all diesen finanziellen Wehen und so weiter, das sind Wehen. Mehr nicht. Mehr nicht. Okay? Also, die Church wird der Welt helfen. Nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Schau dir das an. Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Vers 30. Danach aber zog sich Josef zurück. Er zog sich zurück, denn sein Innerstes war aufgewühlt wegen seines Bruders. Und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte und ging in sein Gemach und weinte dort. Er weint nicht wegen den anderen zehn, aber es bewegt ihn, wenn sein Blutsbruder da ist. Halleluja. Ich sage dir, da ist einfach etwas im Raum, ein Spirit im Raum, wenn Menschen, wenn Grace Lovers, wenn Menschen, die Grace lieben, zusammentreffen. Halleluja. Halleluja. Und das ist eines der Dinge, wo die Benjamin-Generation eine grosse Offenbarung haben wird, aber das sage ich dann am Schluss. dann heisst es weiter, Vers 31, dann aber wusch er sein Angesicht, ging hinaus, überwand sich und sprach, trag das Essen auf und man trug ihm besonders auf und ihnen besonders und ebenso den Ägyptern. Siehst du das? Das Wort bei Vers 31, trag das Essen auf. Merkst dir vor, weil ich werde am Schluss noch darüber sprechen, das hebräische Wort für Essen ist Lechem. Okay? Einfach merkst du dir. Ich lüfte den Schleier noch nicht, was es bedeutet. Lechem ist dieses Wort für Essen. Und wir werden nachher sehen, was es für eine Bedeutung hat. Nun lesen wir weiter. Und man trug ihm besonders auf, Vers 33, und sie sassen vor ihm, der Erstgeborene zuoberst und der Jüngste zuunterst, das ist Benjamin. Und die Männer schauten einander verwundert an. Okay? Und jetzt siehst du warum, Vers 34. Und man trug ihnen besondere Gerichte von dem auf, was vor seinem Angesicht gestanden hatte. Das besondere Gericht für Benjamin aber war fünfmal grösser als die besonderen Gerichte von ihnen allen. Und sie tranken und wurden fröhlich. Halleluja. Benjamin hat fünfmal mehr Nahrung empfangen. Stimmt's? Fünfmal mehr. Fünf ist die Zahl von Gnade. Gott sei dir gnädig, Bruder, sagte Josef. Halleluja. Hört mir gut zu. Da gibt es einen himmlischen Josef in deinem und in meinem Leben. und er wird dich und mich ständig bevorzugen. Halleluja. Er wird dich und mich ständig bevorzugen, denn unser himmlischer Josef ist Jesus Christus. Hört mir gut zu. Grace kannst du nicht verstehen über deinen Kopf, sondern nur hier. in deinem Herzen. Da gibt es einen himmlischen Josef. Und weil er dich bevorzugt, fünfmal mehr, siehst du, wir müssen beginnen, das zu glauben. Wir müssen beginnen zu sagen, Halleluja, danke Jesus. Auch wenn ich es vielleicht heute noch nicht sehe, aber ich bin fünfmal mehr bevorzugt. Und das ist nicht vermessen. das ist nicht vermessen, das ist unser Familienstand. Amen. Das ist unser Familienstand. Siehst du, man kann verschwenden oder vermessenes tun mit dem Wohlstand. Aber du kannst nie einen Sohn oder eine Tochter anklagen, die in eine reiche Familie hineingeboren wurde. Du kannst nie sagen, wie vermessen ist dieses Jet-Cetera-Girl oder diese Party-Junge. Wie vermessen. Sie sind darin geboren. Sie haben es sich nicht ausgesucht. Amen. Sie haben es sich nicht ausgesucht. Sie wurden da hineingeboren und jeder wäre dumm. Was er gesagt hat, Michael, wenn er nicht brauchen würde. Nur man kann Falsches damit tun. Aber jeder wäre dumm. Und deswegen siehst du, das muss tief in uns hinein. Denn das bedeutet mehr Gunst, mehr Gnade wird in dein Leben hineinkommen. Siehst du, als ich das begangen habe zu realisieren, ich muss mich ausstrecken für fünfmal mehr Gnade, more grace, für fünfmal mehr Gnade haben begonnen die Geistesgaben, fünfmal mehr zu wirken. Und dessen Zeuge werde dir. Stretch out. Halleluja. Streck dich aus. Five times more. Halleluja. Denn fünf ist deine Zahl. Vielleicht nicht vom Naturell, bedeutet fünf für dich nichts, aber du wirst für immer und den Rest deines Lebens wirst du eine Fünf auf dir tragen. Wie im Fussballleibchen. Fünf. Weil es ist die Zahl von Grace. Amen. Es ist Gottes Grace-Zahl. Fünfmal mehr Food. Und dann sehen wir, nicht nur hat er fünfmal mehr Food bekommen, das ist die nächste Stelle. Wir sehen das im 45. Kapitel. Er hat auch fünfmal mehr Nahrung bekommen. Einfach die nächste Stelle. Erste Mose, ich denke ist 45. Kapitel. Er hat auch fünfmal mehr, Benjamin hat fünfmal mehr Nahrung bekommen. Okay, die nächste noch. Die überspringen wir. Und er schenkte ihnen allen Festgewänder, jedem einzelnen, Benjamin, aber schenkte er 300 Silberlinge und Fünf. Fünf Gewänder. Fünf Gewänder. Halleluja. Fünf. Fünfmal mehr Food, fünfmal mehr Kleider. Preis dem Herrn. Benjamin wird bevorzugt von seinem Bruder. Wir werden bevorzugt von unserem himmlischen Bruder. du musst es packen. Pack es mit all dem, was du hast, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Geist. Halleluja. Das ist nicht Wunschdenken, das ist nicht Science Fiction, das ist nicht irgendetwas, that's reality. Das ist real. Halleluja. Das ist völlig real. Und es ist Benjamin. Siehst du, Benjamin sitzt zur rechten Josefs. in dem er so sehr bevorzugt wird. Halleluja. Er sitzt zur rechten Josefs in dem und durch seine grosse Bevorzugung. Thank you, Jesus. Nun, Benjamin. Wir wissen jetzt, für was das Jakob steht, Typus für den himmlischen Vater. Wir wissen, dass Lea für das Gesetz steht. Wir wissen, dass Rahel für das Lamm Gottes steht. Wir wissen, dass Josef für den himmlischen Josef steht, Jesus Christus. Wir wissen, dass Benjamin für diese Generation steht, diese Grace Generation. Und das sind die fünf Offenbarungen, die diese Generation, diese Grace Generation haben wird. Diese Generation wird fünf Offenbarungen haben. Fünf grossartige Dinge werden werden sie sehen. Nummer eins. Die Grace Generation wird wissen, dass sie Geliebte des Vaters sind. Denn Gott liebt Rahel. Amen. Gott liebt Grace. Sie werden wissen, dass weil sie von der richtigen Mutter sind, dass sie Geliebte des Herrn sind. Und das wird ihre fundamentale Offenbarung sein. God is love. Halleluja. Halleluja. Und ich sage dir eins, in dieser Gemeinde wird eine Welle von Gottes Liebe uns treffen. Halleluja. Und es wird auf allen Ebenen beginnen. Halleluja. Thank you Jesus. Auf allen Ebenen. Das sind Dinge in der Pipeline. Halleluja. Wo Wellen auslösen werden. God is love. Halleluja. Das ist das Erste. Das ist die Erste Offenbarung. Das macht diese Grace Generation selber zu Grace Liebhabern. Wir werden einfach es lieben, über Grace zu hören. Wir werden es einfach lieben, über Gnade zu hören. Wir wollen nichts anderes mehr hören, weil es so sehr und so wunderbar und so erfrischend ist. Wir werden hier, das Wort habe ich selber erschaffen vor ein paar Monaten. Wir werden Grace Lovers werden. Halleluja. Und bald machen wir eine Umfrage, auf Facebook und überall. Wer ist Grace Lovers? Amen. Grace Lovers. Halleluja. Weil wir eine Offenbarung haben, dass wir Geliebte sind vom Herrn. Halleluja. Das ist das Erste, die erste grosse Offenbarung, die diese Generation haben wird. Die zweite grosse Offenbarung, welche diese Benjamin Generation haben wird, ist, sie sind konstant auf Kurs der Zunahme. Sie sind konstant auf dem Kurs der Zunahme, weil sie von ihrem himmlischen Josef konstant bevorzugt werden. Halleluja. Und das wird sich zeigen in deinem Alltag, in deinem Berufsleben, in deiner Unternehmung, in deiner Firma, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, in der Church, Halleluja, im Bus, im Tram und im Flugzeug. Amen. Überall bevorzugt durch den himmlischen Josef. Halleluja. Bevorzugt. Zuerst geliebt und dann bevorzugt. Das Dritte, was die Grace Generation an Offenbarung haben wird, ist, und was sie erfahren werden, ist, sie werden fünfmal mehr Food haben. Fünfmal mehr Food haben. Und das bedeutet, geistlich sowie natürlich. Wir werden fünfmal mehr Gaben und Talente haben. Wir werden fünfmal mehr Salbung haben. Halleluja. Wir werden fünfmal mehr Geistliches haben. Nicht nur fünfmal mehr Food, das ist das Vierte, fünfmal mehr Kleidung. Fünfmal mehr Kleidung. Siehst du, Salbungen sind geistliche Mantel. Hörst du mir zu? Salbungen sind geistliche Mantel. Und das gehört zur Kleidung. Du hast mehr an als einen blauen Chopin im Moment. Okay? Oder ein weisses Hemd. Du hast mehr an. Was hast du an? Du hast geistliche Kleidung an. Und das sind Talente, Salbungen, Gaben, fünfmal mehr. Fünfmal mehr. Thank you Jesus. Fünfmal mehr. Zugleich aber auch fünfmal mehr natürliche Kleidung. Amen. Ich sage dir, du wirst in Ausverkauf gehen und du wirst Dinge finden und kaufen und und du hast gerechnet, ich kaufe mir zwei neue Bluesen und du wirst mit fünf nach Hause kommen. Amen. Du wolltest eine neue Jeans haben und du kommst mit drei neuen Jeans nach Hause, weil du drei für den Preis von einem bekommen hast. Amen. Fünfmal mehr neue Jeans cool. Fünfmal mehr. Dasselbe mit Nahrung, fünfmal mehr Nahrung. Siehst du, wir werden fünfmal mehr Nahrung haben, fünfmal mehr geistliche Nahrung. Fünfmal mehr geistliche Nahrung. Gottes Wort, Gottes Grace wird uns so sättigen, dass wir wow, jedes Mal eine volle Mahlzeit bekommen haben. Und es wird unsere Speise werden. Gib mir ganz kurz, Johannes 4. Ganz kurz, Johannes 4, diese Stelle, die wir vorher hatten. Siehst du, die Speise des Herrn, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus Speise war, anderen Menschen zu helfen. Jesus Speise war, seinen Dienst zu tun. Ich sage dir eins, wir werden so gesättigt sein von Grace, dass es sein wird, Grace und Liebe weiterzugeben. Und das wird uns gleich nochmal sättigen. Halleluja. Wir werden unsere Speise darin finden, allen Menschen zu erzählen von Gottes grosser Gnade. Halleluja. Dass es uns sättigt und satt macht. Preis dem Herrn, weil wir nichts mehr anderes reden können. Sagen, Gottes Gnade ist so umwerfend. Komm und siehe. Komm und siehe. Siehst ihr selbst dann. Und hier ist das Fünfte, was die Grace Generation für eine Offenbarung haben wird. Die Grace Generation wird eine Offenbarung haben von Lechem. Geh nochmals zurück, wenn du kannst, zum ersten Mose 43. Zu dieser Stelle vom ersten Mose 43. Siehst du Vers 31? Dann aber wusch er sein Angesicht, ging hinaus, überwand sich und sprach, tragt das Essen Lechem auf. Und man trug ihnen Besonderes auf und ihnen Besonderes und ebenso den Ägyptern, die mit ihm aßen besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern zusammen Lechem. Denn das ist für die Ägypter ein Gräuel. Und sie sassen vor ihm. Sie sassen vor Lechem. Lechem ist das erste Essen, das kam. Nachher kamen die besonderen Speisen. Nachher kam der Truthan, nachher kam Bullebrüschli, nachher kam Pommes, das kam nachher. Aber zuerst kam Lechem. Lechem im Hebräischen bedeutet Brot. Brot. Die Grace-Generation wird eine Offenbarung haben vom Brotbrechen. Abendmahl. Die Grace-Generation wird eine Offenbarung haben des Brotbrechens. Sie wird eine Offenbarung haben übers Abendmahl. Halleluja. Denn das Brot ist der Leib Jesu, der gebrochen wurde. Und der Leib Jesu wurde gebrochen zu unserer Heilung. Ich sage dir eins, die Grace-Generation wird stark sich in Heilung bewegen. Es wird ein Healing Movement sein. Und sie wissen, dass der Fluch durch Essen kam, der Fluch Adams für diese Erde, kam durch Essen von der verbotenen Frucht, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie werden wissen, dass so der Fluch von Tod, Krankheit und Verderben über die Menschheit kam. Und sie werden daraus erkennen, dass als Jesus das Brot brach und aß, sie begreifen werden, dass durch Essen, so wie der Fluch durch Essen kam, wird durch Essen der Segen von Gesundheit Heilung und Leben kommen. Halleluja. Und sie werden eine Offenbarung haben über das Blut Jesu. Sie werden nie mehr Unmündige sein und Unwürdige sein, weil sie werden erkennen, dass dort, wo Paulus sagt, im ersten Korinther 11, dass wer unwürdig ist und trinkt, dass sie erkennen werden, dass unwürdig sich nicht auf Personen bezieht, sondern auf den Akt des Essens und Trinkens. Sie werden wissen, einmal von Christus erlöst, immer würdig. Halleluja. Sie werden nie mehr sagen, wenn du würdig bist, Bruder, heute Morgen, dann nimm das Mal, wenn du unwürdig bist und unwürdig gelebt hast, diese ganze Woche, dann steh weg vom, sei enthaltsam vom Mal, nimm es nicht, denn es könnte dir etwas Übles widerfahren. Diesen Blödsinn werden sie nicht mehr glauben, weil sie wissen, dass das Wort, wer unwürdig isst und trinkt, ein Adverb ist und ein Adverb bezieht sich auf das Verb von Essen und Trinken. Es ist nicht die Person, die unwürdig ist, sondern es ist der Akt, nicht zu unterscheiden, da ist meine Heilung, da ist das Blut Jesus, das mich einem für alle Mal gereinigt hat. All das werden sie wissen, da werden sie eine grosse Offenbarung darüber haben. Die Grace Generation, sie sassen am Tisch und es wurde ihnen Lechem, Brot aufgetischt. Und hier sehen wir einen ganz klaren Typus. Diese Generation wird eine neue, frische Offenbarung haben vom Abendmahl des Herrn. Halleluja. Thank you Jesus. Amen. Und der Tisch ist gedeckt. Amen. Und an diesen Tisch gehen wir jetzt. Halleluja. Wir gehören zu dieser Generation. Wir gehören zur Grace Generation. Wir sind die jetzt lebende Benjamin Generation. Wir sind nicht die Lea Generation, sondern die Benjamin Generation. Halleluja. Steht doch auf, schau deinen Nachbarn an, schüttel ihm die Hand und sage herzlich willkommen Benjamin. Benjamin. Good to see you, Benjamin. Amen.